Herzlich willkommen bei Lotto 6 aus 45, Lotto Plus und Joker. Am vergangenen Sonntag hat kein Spielteilnehmer die sechs richtigen getippt. Daher geht es heute um einen Checkbot. Ziehungsgeräte und Kugeln sind notarell überprüft und ich wünsche Ihnen viel Glück. Und die erste Gewinnzahl von heute Mittwoch lautet 11. 11. Die zweite Gewinnzahl heute Abend ist 44. Es geht weiter mit 18. 18. Gewinnzahl Nr. 4 lautet 14. 14. Wir nähern uns dem heutigen Sechser mit 45. 45. Und komplett ist damit 42. 42. Fällt noch die Zusatzzahl und diese lautet 27. 27. Damit kommen wir zu Lotto Plus. Auch hier hat es keinen Sechser gegeben. Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt. Die erste Gewinnzahl bei Lotto Plus lautet 15. 15. Und weiter geht es mit 38. 38. 38. 38. Gewinnzahl Nr. 3 bei Lotto Plus ist 6. 6. Heute auch mit dabei ist 33. 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 34. 34. 34. 34. 35. 34. 3. Und nun zum Joker. Beim Joker hat ebenfalls kein Spielteil immer die richtige Zahl auf seinem Schein gehabt. Heute spielen wir daher um einen Doppel-Check-Bot. Ich hoffe, Sie haben Ja gesagt. Die erste Stelle der heutigen Joker-Zahl lautet 6. An der zweiten Stelle haben wir 7, 7. Die dritte Stelle lautet 3, 3. An der vierten Joker-Stelle haben wir 2, 2. Die vorletzte Stelle ebenfalls 2. Und an der sechsten und letzten Stelle 6, 6. Wie viel Sie gewonnen haben, können Sie mit der Lotterien-App oder im Teletext auf Seite 721 überprüfen. Auf Wiedersehen am kommenden Sonntag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 anspruchs untertitelung des ZDF für funk, 2017